bei mir ist mal gespannt wer wer hier jetzt ihre vertritt von das kann ich so sieht ja auch noch gut aus wird dass ich da gar nicht weiß was ich machen soll kann man nicht es zu langsam so jetzt jetzt haben wir das problem ich immer nicht weiß würde ich jetzt das stampft warum aber auch legt mich an okay die zeit leider ein bisschen verknüpft ja da weiß ich jetzt nicht ist genau das war der muss der mich letztes mal auf gekriegt hat mich nicht verstehen das war so knapp 1600 schaden ich dachte ich bin da ankommen ich habe jetzt eine benutzt noch mal eine nehmen noch mal triggern hier bitte ich mach da gar nicht jetzt ist er da schon okay so mach mal ein move ist nur noch mal nachsetzen können bester muss überhaupt er hat diesmal gesessen wissen da kann ich nicht mal hin wenn jetzt was ist man schon noch gar nicht ja doch noch mal was das ist jetzt die heilung für alles ich nehme jetzt noch eine will es kommt bestimmt demnächst wieder der für den kopf das macht er jedes mal nachdem habe ich da nicht mehr so angreifen ja tritt mal als ob ich da stehe so verplämpere ich meine tabletten ja das war gut nein schon wieder immer wenn ich die tablette nimmt diesmal was ja ja was machst du jetzt hier 20 prozent extra in gar nichts ja 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 kann man es einfach jetzt so regeln bitte scheiße ich hab nichts mehr es ist sogar die war vermisst okay muss ich dahinter ja 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 noch mal ja ja jawoll du mieser schwein rosa tomiro elite kelch den haben wir gebraucht genau den jetzt mal gucken ich hoffe nicht dieses blitz wieder einen von so ein hund der war auch nicht gut was ach du kacke was sollen dies bitte ich hätte mir die extra auf weil es so eine ekelhafte ist und man es war ja es war ja stark ja 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 genau ja ja nehm ich noch mal da hinten Oh, nee, was passiert jetzt? Keine Ahnung. Was? Das hat mich verrückt gemacht. Oh, anscheinend muss ich doch Berührungsmittel denn auspacken. Ach du Scheiß, okay. Ist das... Das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Aber ich glaube, war jetzt nicht so viel besser. Ja. Das war doof. Ja. Okay. Okay, das war jetzt ein Doom. Das ist... Das ist passiert ist. Das hat es glaube ich nicht geholt vorher. Okay, das war es nicht. 100, aber ist jetzt noch nicht so viel. Muss wahrscheinlich schon so ein bisschen immer seid ihr unterwegs sein. Okay, das war ein bisschen mehr. Endlich müsste ich da nur zur Seite weg, glaube ich, ne? Bei dem anderen. Der so von... Der so von oben kommt. Das kommt von ihren Kackflügeln oder so, ne? Oder von ihren... Hintertentakeln. Das macht dann nochmal den Schlag nach vorne. Nach vorne. Wie löse ich das denn aus? So anscheinend nicht. Problem ist, dass ich dabei ja auch ab und zu mal getroffen werde, ne? Hey! Okay, nochmal. Okay, Berührungsmittel. Okay. Ich nehme mal einen. Okay, einmal. Okay, jetzt kommt sie an. Ah, scheiße! Okay. Ja, aber ich kann noch drin sein. Okay, erzwingen! Als ab, ey, ich bin der ewig. Ebritas Meister ist Wurzelkilch. Hoppala. Ja, das war schon. Achso, ja, stimmt. Ha! Zwei Brocken. Sehr gut. Okay, den Wurzelkilch will ich mir nie machen. Was? Okay, jetzt. Eine Leiche sollte ihre Ruhe haben. Oh, ich kenne das gut. Wie dir Geheimnisse so süß locken. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Aber wie freundlich sie auch meine Hand noch zurückgegeben hat, ne? Nachdem sie mich schon... 240. Okay. Hm. Kann ich mal auch bitte heilen hier? Jawohl, danke. Krieg nur einen Schlag. Das ist ein bisschen schade. Mann, jetzt macht sie an auf Ignatius, ne? Der hier auch immer rumgeschossen hat. Okay. 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 Ich wollte gerade sagen, die Waffe ist vielleicht nicht so gut, wenn sie die in dem Modus hat. Aber... Man scheint ja schon. Mann, hör doch auf. Okay. Okay. Hier geht aber ganz gut, ne? Schaden ist vernünftig. Mist, jetzt ist sie aber schneller, wenn sie so macht. Aber der... Oh, der Stagger ist real. Okay, also der Schaden ist jetzt... Richtig real. So, nochmal. Hoffentlich... Ja, hat's erlaubt. Mist, ihre Reichweite ist so verrückt. Da hätte ich bestimmt reingemussten, ne? Solltest man nicht alles verbrauchen? Okay. Was ist jetzt, ne? Jetzt macht sie hier den vollen Power-Modus, ne? Oh, oh. Ja. Nimm mal lieber trotzdem noch einen. Oh, oh. Okay, ne, zurück. Brauchst du noch ein bisschen Ausdauer? Okay, sind wir da? Okay. Huh. Oh. Huh. Okay. Ein. Bitte. Ich kann es noch mal machen. Ist ja auch keine schlechte Sache. Aber... Naja, noch einen. Und rein. Diesmal. Ich bin nicht um sie rumgekommen. Ach komm, was soll denn das? Und denn wieder das Feuer hinterher. Hey, reicht jetzt. Nee, reicht. Okay, den muss macht sie denn anscheinend noch wieder. Was soll das, man? Oh, das ist ja kacke. Anni macht mich fertig. Das gibt's ja nicht. Ja. Ja, das war's jetzt schon wieder, ne? Habe ich mich schon wieder verschätzt damit? Ist ja empfindlich gegen Arcan-Schaden. Nehmen wir noch einen. So, jetzt. Wollte sie... Äh, schon wieder verarschen. Hat geklappt. Das verarschen nicht, aber... Mist. Habe ich auch schon gefragt, ob ich den einfach nehmen sollte, den Schaden, wenn ich nah genug dran bin dafür. Okay. 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 Nee, das war's noch gar nicht. Okay, geht aber noch. Heilung. Jawohl. Waren zurück. Also die Waffen machen schon eine ganze Menge Schaden, ne? Der war knapp. Okay, geht's nochmal hoch. Mist. Weiß nicht, ob ich den wirklich nehmen soll für tausend extra Schaden, oder? Ist schon verlockt, ne? Ist schon mal so schlecht. Heilen. Heilen. Nochmal heilen. Ist mir sicher rein. So, und rein. Oh oh. Nee, nee. Nochmal. Keine Chance machen. Ja. Ja. Hehehe. Also, die schienen mich jetzt empfindlich gegen Arkhan stand zu sein. Also, die schaden. Untertitelung des ZDF, 2020